Was auch noch bei ihm auf der Liste steht, er will mal einen Burger bei Burger King probieren. Ah, da müsste es mal zusammen machen. Deinem Opa. Nein. Zu einem gewissen Burger King fahren und dann auch mal der Belegschaft Hallo sagen. Äh, diese Belegschaft, diese Belegschaft, die schreib mir jetzt schon immer mittlerweile. Ich hab heute Abend wieder Dienst, kommst du. Hey. Ich hab noch nicht genug Holz. So nicht mein Stack. Meinst, dein ist noch nicht voll. Dein 5. Oho. Ich hab ein kleines Bäumchen gefunden. Wie? Du hast einen Monsterbaum gefunden. Sag ich doch. Wie? Wie? Jens, soll es dich, wenn ich ihm sage, dass dein Haus jetzt woanders steht? Ja. Wim. Ich hab nur ein schönerer Ort gewohnt, geworden und nicht so mitten. Außerdem ist es von mir ersichtet, das heißt Qualität, weil. Ich hab nur so gerade, dass du gerade gesagt hast, mein Axt kaputt gegangen. Zu dem Thema? Ja. Okay. Weg mit der, der... Meine Schaufel ist kaputt. Dann würdest du die zweite, die du mitgenommen hast. Nein, ich habe keine zweite mit. Ich habe nur eine. Warum? Warum? Kaputt. Warum? Wenn jetzt kaputt ist. Jetzt. Ich habe nicht alles erwischt. Ich habe nicht alles erwischt von dem Baum. Jetzt, du musst jetzt nochmal Luft. Jetzt habe ich alles. Schon besser, jetzt muss ich nicht mehr Luft. Ich bin schon Luft. Ich bin schon Luft. Hallo. Hä? Rede mit mir. Wo du den Baum gefunden hast. Hier habe ich ihn gefunden. Hier habe ich ihn gefunden. Beim Kürbisfeld. Ah, hier. War ein Monsterbaum? Wusste ich gar nicht. Ja. Ich weiß so vieles. Ich wusste auch noch nicht, dass die so schnell wachsen. Kind, dumm, aber glücklich. Oh. Mal weiter. Oh. Das sieht aber schön aus. Hehehe. Aber was sie getan hat, wenn die dann aus dem Urlaub kommen. Hans, du willst die Seite da rechts von dir. Oder du füllst mit Erde auf. Na, erkennt mal, was es werden soll. Ja. Ja, komm, unterirdisch habe ich nichts aufgeachtet, was da ist. Egal, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie einen Stein unter die Wand zu setzen, wenn du da eine Wand so aufsetzt. Ich spreche jetzt erst mal das ganze Holz weg. Ja. Sieht doch schon mal wieder ein bisschen besser aus. Hast du aufgefülltes Holz? Mhm. Glaub ich. Du brauchst noch eine Schaufel. Du kannst mir einen mitsingen, wenn du dabei bist. Könnt ich mir einen mitsingen, wenn du dabei bist. Ui, D-Zug. Ui, D-Zug. Einmal aufhören. Es ist gut. Ich meine Spitzhacke kaputt. Leckt es mich doch alle am Ärmel. Bleib stehen! Ich habe eine Spielzeuge gefunden. So. Also die Seitenwand, wo die Zappitz landen ist, die kann auch schon weg. Ok. Hast du die Außenmaße schon übertragen? Und ich habe schon wieder keine Steine mehr. Oh, da ist gespiegelt. Ja, scheinbar. Ok. Ich glaube ich reiße es von oben ab. Oben weiß ich noch gar nicht, wie es aussieht. Ich weiß nur, dass ich jetzt in die Base gehe und ins Bett gehe. Oh. Das ist eine gute Idee. Ab ins Bett. Mit dem Schwert in der Hand. Falls mich viel überraschen möchte. Irgendwer hat weh gezürgt. Ja. Dann gucke ich mir oben das Grat mal kurz. Auch die SIP-Wand noch an. Also da wo die Steppe endet. Hoch. Los. 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 ... 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 Hast du schon eine Rückwand gebaut, oder? Ah, okay Da läuft ein Zombie Jetzt nicht mehr Soge ich mir jetzt die Baupläne für die Rückwand Ich wollte Rückwand Du hast sie, okay So Also mit dem ersten Noch Tiosuquand, aber Heben lassen Der Rückwand ist nicht ganz schön soon, kann das sein? Nee Hättest du mich auch sagen können, hättest du nicht extra herkommen müssen Jetzt Was sie im Sync Nee, wir waren die Fellen So passt das schon besser Ja Um Höhe von Aber wenn er meint Das hat sich lustig angehört Danke, bitte Five Two So, jetzt habe ich wieder einen Steak. Ui, ich auch. Richard, bis was habe ich eben gezählt? Ich habe es fünf. Kommt es hin? Ich glaube es ist sechs, ich glaube es ist sechs. Eins, zwei. Wir machen es sechs. Sechs ist unlogisch. Mühlen kommt schon besser. Tada, ich habe ein Stück von der Treppe geklaut. Ja, pass auf, fall nicht so. Okay. Zu spät. Ne, ich habe es noch gemerkt. Richard, kannst du mir gerade mal sagen, wie die Front aussieht? Die Front. An beiden Seiten wir zwei Mauerüberstand. Ja, so wie das Heck von unten. Ich glaube, du baust es gerade ein Stückchen zu weit hinten. Ich habe eh keine Steine mehr, die wir übernehmen. Und ich habe vor allem Hunger. Ich... Da ist was für Essen dabei. Gehe ich nämlich ins Bett. Juhu, überlebt. Hm, ich habe es gar nicht zu weit gebaut. Es sind drei Steine. Du musst die Ecke ja mitzählen. Passt. Ach ja, und ich habe wirklich bis nach fünf. Du musst es nicht alleinigen? Aber wie nicht tatsächlich. Nichts. ں Bei sich. Du musst du ja immer alles zum euroudiapen. Auch hierhin immer mehr zu tiefsteig. Ja, quoting raus! Du musst einfach raus. Film dich immer zuzubетровzen in mir. Und damit werden wir krungen bis zu dir. Verst du dich, dass du bist? likely nicht. Wenn du das? Untertitelung des ZDF, 2020